Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Plants vs Zombies. Mein Name ist Solinex, ich töte jetzt wieder Zombies. Und ich hasse es, weil es die Nacht Wasserlohse gibt. Und wir mag noch nicht. Naja, wir wollten jetzt mal versuchen, einfach nur ohne Pilze. Ist das eine gute Idee? Nein. Machen wir es? Ja. Schauen wir mal. Wir behandeln das Spiel jetzt einfach so, als wäre es Tags. Stinknormaler Tag in diesem Spiel. Was nehmen wir denn noch so mit, wenn es Tag ist? Sowas. Den, wenn wir richtig weit sind und ne? Passt. Ne, die noch mit. So, schauen wir mal, wie das hinhaut. Wir haben auch nichts gegen den Nebel, ne? Das wird bestimmt nichts, aber wir versuchen das einfach mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Mikrofon nicht capturet. Ich habe das jetzt nämlich ein bisschen runtergedreht, aber nur ein bisschen. Guck mal, wie lange es dauert, bis man das, wie soll das gehen. Dauert ewig, bis ich Energie kriege. Ich weiß aber nicht, wo er kommt. Ich habe eh keine Energie. Ne, also der Plan ist nicht gut. Das lassen wir mal. Das war ein schlechter Plan. Restart Level, yes. Machen wir wann anders mal beabsichtigt. Beabsichtigt Achievement. Ähm. 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 Die Sache ist halt, wir brauchen, wir brauchen halt schon irgendwie, äh, was Stärkeres, ne? Wenn ich so mache, wird da irgendwas Spezielles? Ne, dann machen wir so. Machen wir das mal so. Schauen wir mal. Bäm. 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 Also falls ich abbrechen sollte, entschuldigt bitte, ich habe mein Mikro einen kleinen Tick runtergedreht. Nicht viel tatsächlich. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob man auf 100% aufdreht oder nur auf 99%. Unterschied wie Tag und Nacht, warum auch immer. Bäm. 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 So, wir gehen es wieder ganz ruhig an. Okay. Kommen wir uns erstmal um Energie. Was das sein muss. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben uns grad oft abdenken lassen davon. Jetzt aber nicht. Mag sein, dass auch was anderes kommt, was böse ist, dann ist es halt so. Könnt eh nichts gegen ändern. Hauptsache wir kommen schnell an Energie und unsere Pilze wachsen schnell. Das ist die Hauptsache. Unsere Schrummys ready sind. Asap. Na komm. Das habe ich natürlich gesehen. Dagegen wäre ich nicht. Aber ich muss ja auch nicht alles zulassen. So. Come and give it. Give it to me. So. Haben wir das. Laterne. Oben. Schonmal. Wo kommt der hin? Wird das gegessen? Das weiß ich. Ja. Ich habe das schonmal davor gestellt, weil da dann die Laterne hinkommt. Nein. Ja. Fech. Was soll ich machen? Die Laterne wird jetzt gegessen. Da kann ich mir auf den Kopf stellen. So. Ich habe noch die Nacht noch nicht ready. Ich habe drauf gelaufen. Den kann ich mir schon einstellen. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Ist schonmal ready. So. Sehen wir das alles auch ein bisschen. Jetzt versuchen wir so schnell es geht eine vernünftige Defense aufzubauen. Wird wirklich schnell. Okay. Interessantü. Irgendwann war nichts. Eigenverhebend. Irgendwann ist das nicht gut. Wasser im Wasser rausgefährt. Das ist schlecht. Okay. mein gott macht aber schaden mein gott so ist fertig so magneto removes helmets and other metal objects oh das ist natürlich geil wann ist es endlich durch es kommt nur ein typ mit helmen also die kommen mit helm wahrscheinlich mehr als einer dafür kommen auch wieder ballonies dann verzichten wir mal wieder auf die laterne und machen am ende einfach das sprich wir machen wieder die beiden wollen wir haben den brauchen wir dann um den nebel loszuwerden und vom himmel zu fegen ob es denn da kommt auch sind wir eigentlich so aufgestellt hoffe mal dass es so gut geht fun fact ich wollte eigentlich gerade duschen monza heiße wasser geht nicht deswegen nehme ich stattdessen auch eine folge auf das ist ein bisschen doof unpassend das wasser geht gleich einfach wieder damit ich dann in allerseelen ruhe duschen gehen kann und ich hoffe ich breche nicht ab das ist ja natürlich optimal drauf achten wer gleich schießt von mir ja dauert mir zu lange ok ist eh da passt also ich habe direkt einen nach vorne gesetzt da bin ich nicht zu greedy die haben wir jetzt kommt die reihe da habe ich noch hinten gesetzt eine vorne ist natürlich jetzt ein bisschen das ist schwer alles alles hätte ich mir doch noch vorne setzen sollen hier für die anderen und dauerts die länder einkommen ich nehme nämlich die hin ich gebe mir mühe dass alles so schnell es geht hin zu kriegen das ist auch eine huge wave von zombies kommen das muss ich mich wirklich machen zu wedeln mir richtig ordentlich ein von dem blabber zu wedeln warte das jetzt schon mal damit ich das hier was hier auf mich zukommt so wasser hätte ich gerne mit defense das ist hier gerade also die phase oh ballon kommt das ist klar lassen wir ein stückchen fliegen weg mit dir er ist zum glück früh genug tot hat es wasser abgesichert weil abgesichert natürlich immer relativ fest so da kommen schon wieder zwei fliegies die puste ich gleich mal weg aber wir können jetzt eigentlich noch mehr von den anderen nehmen dann fang ich unten mal an das würde ich natürlich gerne sehen wo ich noch so ein ding setzen muss kommt gerade auch ein ballon so wo können wir denn einsetzen natürlich schon durch ungünstig wir müssen ein bisschen aufpassen dass wir wenigstens ein platz übrig lassen so wie sieht es hier aus eigentlich ganz gut so wie sieht es hier aus eigentlich ganz gut ich finde wir haben uns gut geschlagen das war jetzt auch wieder eine bessere verteidigung als diese kleinen blöden dinger bam 14 minuten sind wir ich hätte es gerne wenn das wasser wieder geht hello this is your mother please come over to my house for meatloaf leave your front door open and your lawn unguarded sincerely 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 mom not the zombies okay why'd it get so dark all of a sudden this can't be good oh well hope you survive the night so ganz viel psychobachten kann ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts ihr müsst mir schon Türme geben ne oh toll das habe ich natürlich kacke gesagt naja aber das ist gerade aber suboptimal was die da mit mir machen wenn an sich ich bin ja flexibel ne macht ja jetzt nicht so einen stress wenn die meint das gut so dann mir passt schon brauche ich mehr damage weil das schon cool gemacht ist so wie sieht es aus wo kann ich ein sternzimmer hinsetzen ja da sind viele zombies gerade ne das hat schon Stil man sieht halt nicht wirklich was los ist das ganze ein bisschen schon fast gruselig man muss ja mal kurz gucken wie weit sind die zombies steht irgendwo gefahr mal den hier müssen wir schon mal abdecken den können wir abdecken aber wenn da ein gräber durchkommt noch ein problem sind wir hier schon wir haben überall jetzt glaube ich schon die pixies ne was gerade mache ich jetzt so ein bisschen die kutz mal ein bisschen was was nach hinten schieße da schüttere matten wahrscheinlich huge wave of zombies is approaching hm 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 da muss schützen wenn ich will nichts nehm ich hier vorne, aber das bringt mir ja nichts jetzt bringt es mir was schon mal wegnehmen lassen da oben habe ich wirklich viele Sternchen ich schütze da mal kurz muss man immer sehen, wie weit die Balloonies sind wobei ich habe ja auch über einen Kaktus ich muss mir gar nicht so viel Sorgen machen eigentlich ist die Sache schon ziemlich geritzt verhauptlich geilo wir sind bei 20 Minuten und haben es gerockt wir sind in einem komplett neuen Level angekommen Level 5 von 1 Welt 5 Level 1 ist schon mal schön im Shop arbeiten wir uns Richtung neuen Slots das ist auch sehr schön und das alles Moment das alles machen wir in der nächsten Folge von Plants vs. Zombies ich freue mich drauf bis dahin tschüss tschüss